Plötzlich fuhr hier ein weißer, nicht gekennzeichneter Lkw an uns vorbei und nahm Fahrt auf langsam und raste dann in die Menge. Danach kam der Wagen zum Stillstand da hinten, da wo es so blitzt bei mir. Da sieht man das, da steht der Lkw. Die Straße ist mittlerweile komplett abgesperrt und dort gab es einen Schusswechsel. Ich kann nicht sagen... Zwei? Okay. 말씀이